Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Identity und Access Management, IAM kurz gesagt. So, heute schauen wir uns nochmal Identitäten ein bisschen genauer an. Und zwar habe ich das letzte Mal euch ja schon gesagt, Identität ist nicht gleich Account. Aber was für Arten von Identitäten es gibt, das hatte ich euch bislang eigentlich vorenthalten. Denn Identitäten sind nicht alle gleich. Ich hatte das letzte Mal angedeutet, oder das vorletzte Mal, ich weiß gar nicht mehr genau, hatte ich angedeutet, dass sowas wie Server oder Geräte normalerweise eine andere Identitätsart haben, als wir Menschen. Aber es gibt sechs verschiedene Arten und die sollten wir uns vielleicht mal kurz angucken. Zwischen denen wird nämlich unterschieden, weil die auch grundsätzlich andere Fähigkeiten haben. So, wir fangen an mit dem Offensichtlichen, das jeder von euch hat, die User Identities. User Identity ist eigentlich so der Identifikator, um euch zu identifizieren. Also, wenn ihr euch bei Google einloggt, seid ihr ein User Account normalerweise. Das heißt, ihr seid als Mensch dort registriert. Ihr habt dementsprechend auch einen Benutzernamen, ein Passwort und eine ID im System hinterlegt. Und im besten Falle loggt ihr euch auch noch ein mit irgendeiner Form von MFA. Aber dazu irgendwann anders mehr. Wobei ihr da auch relativ viel schon wisst natürlich. So, diese User Identity berechtigt mich für verschiedene Arten. Ich kann zum Beispiel ein Administrator sein. Ich kann ein YouTuber sein, der zum Beispiel Videos hochladen darf. Oder ich kann ein Kommentator sein, der Kommentare verfassen darf und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist das alles über die User Identity geregelt. Das heißt, wir haben alle eigentlich eine User Identity bei Google, weil wir alle User sind. Wir sind alle Menschen. Während die Access Control, also das heißt Identity und Access Management, die Identity ist eine User Identity. Das Access Management hingegen besagt, ob ich jetzt Admin bei YouTube bin oder ob ich einfach nur ein stinknormaler YouTuber bin. Das heißt, da geht es relativ stark auseinander. Klar. Aber wir unterscheiden noch ein bisschen mehr. Ich hatte ja gesagt, es gibt sechs Stück davon und tatsächlich ist die User Identity das Einzige, was für Menschen reserviert ist. Der Rest ist alles für irgendwie Software oder Geräte reserviert. Und deswegen schauen wir uns als zweites die System Identity an. Die System Identity bezeichnet Software Systeme bzw. Anwendungen, die eine spezielle interne Funktion haben. Das heißt, wenn wir eine Software laufen lassen auf einem Server, die zum Beispiel ein Backup macht von allem, was wir haben. Oder wenn wir eine Software haben, die zum Beispiel Daten aus der Datenbank ausliest, um diese Daten auszuwerten. Dann bekommt diese Software eine System Identity. Das ist ein bisschen weird, denn man würde instinktiv glauben, dass es sich um Betriebssysteme handelt. Das ist leider nicht so. System bedeutet in dem Fall mehr, es ist eine Anwendung des Gesamtsystems. Das heißt, eine Anwendung auf der Seite des Anbieters. So kann man es vielleicht sich herleiten. Und darunter bezeichnet man dann im Endeffekt die System Identities. Etwas anderes hingegen sind die Machine Identities oder auch Maschinenidentitäten oder Geräteidentitäten. Je nachdem. Manchmal heißen die ein bisschen anders und manche definieren es auch ein bisschen anders. Das ist jetzt so ein bisschen das, was ich rausarbeite meistens. Aber es ist halt leider sehr sehr schwer. Es tut mir leid, falls das bei euch ein bisschen anders ist. Gut, also Maschinenidentitäten sind für Geräte da. So, hier wird es auch ein bisschen tricky. Normalerweise bezeichnen wir Geräte sowas wie ein Server oder ein IoT-Gerät. Bei IoT-Geräten ist es relativ einfach, weil ich dort relativ direkt sagen kann, das ist jetzt ein Gerät und das bekommt eine Identität und die darf das und das machen. Bei Servern hingegen ist es nicht mehr ganz so einfach, weil auf diesen Servern läuft normalerweise Software drauf. Und hier brauche ich dann schon wieder mehrere Arten von Identitäten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Server in irgendeinem Rechenzentrum administriere, dann habe ich normalerweise die Maschinenidentität dieses Servers. Zum Beispiel einfach über seinen SSL-Schlüssel, also halt über die Public Key Infrastruktur, die eben da bereitgestellt wird. So, das heißt, ich kann mich über SSH darauf verbinden und kann dort Dinge administrieren. Das mache ich über die Maschinenidentität. So, aber jetzt wird es lustig. Was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel mehrere Serversysteme oder mehrere virtuelle Maschinen hoste auf meinem Server? Naja, dann sind das eigentlich immer noch eigene Server sozusagen und deswegen bekommen sie im Normalfall eine Maschinenidentität, weil die im Endeffekt etwas anderes tut. Das sind Server, die administriert werden wollen und man gibt Zugriff auf Server. Im Endeffekt, ob Root-Server oder ob virtueller Server ist da relativ egal. Man spricht hier normalerweise von den Maschinenidentitäten. So, jetzt haben wir aber noch ein paar andere und zwar drei an der Zahl. Und was könnte hier wohl reinkommen? Was habe ich auf jeden Fall bislang noch nicht erwähnt? Nun, vor allem die App-Identities. App-Identities, jetzt nicht verwechseln bitte mit mobilen Apps oder sowas, das sind nicht zwangsläufig Mobile Apps, sondern App-Identity meint eine Software, die auf eine Schnittstelle zugreift, die auch genau dazu da ist. Das heißt, die YouTube-App beispielsweise wäre eine App oder hätte eine App-Identity auf die YouTube-Dienste insgesamt bezogen. So, jetzt vielleicht ein anschauliches Beispiel. Ich als Cedric Mössner habe eine User-Identity, die ich bei YouTube zum Beispiel beim Mich-Einloggen angeben muss, um dort dann meine Inhalte hochladen zu dürfen auf meinem Account. Oder auf meinen Nennen-Accounts, falls ich mehrere habe. Ihr kennt den Unterschied da mittlerweile. So, intern hat YouTube natürlich wahnsinnig viele Dienstleistungen und wahnsinnig viele Services, Backups und so weiter und so fort, die alles Mögliche automatisieren. Die haben System-Identitäten. Die einzelnen Geräte, die da interagieren mit YouTubes Diensten oder mit YouTube-Servern, haben Maschinen-Identitäten. Jetzt komme ich und ich als Entwickler kann einfach eine externe Applikation schreiben. Ich kann eine eigene YouTube-App schreiben. Ich kann meine eigene Untertitel-Upload-Funktion programmieren, quasi was ich auch getan habe, um hier die Sachen automatisiert hochzuladen. Ich könnte das, oder ich hätte die Rechte dazu auch, bei mir im YouTube-Account natürlich, weil ich darf das, aber ich darf auch einer App diese Berechtigung geben, dass sie eben Untertitel für mich hochlädt. Weil ich zum Beispiel einfach zu faul bin, für über 2000 Videos die ganzen Untertitel von Hand hochzuladen. Das dauert ja ewig. Also mache ich das automatisiert und naja, da brauche ich irgendwas anderes, um mich einzuloggen. Und das ist normalerweise über eben Keys oder Secret oder auch O-Out möglich. Genau. Und da gebe ich im Endeffekt die Rechte ab, sodass diese App das dann auch darf. Okay. Das heißt, das sind externe Apps normalerweise, die ich als User auch häufig authentifizieren muss und ihnen die Rechte geben muss, dass die was machen dürfen. Das heißt, ich als Benutzer darf dann auch irgendwelche Rechte abdrehen. Ihr seht, hier wird es schon irgendwie sehr komplex, aber lassen wir es einfach mal hierbei stehen. Das sind ja Identitäten, ja, nicht die Access Control an sich nochmal. Die geht nochmal ein bisschen deeper. Okay. Aber was jetzt noch fehlt, sind ja, also wenn wir uns mal die Systemidentitäten angucken und die App-Identitäten, die sind ja relativ gut voneinander abdrennbar. Das eine ist intern, das andere ist extern. Was wir aber noch nicht besprochen haben, sind Dienste wie zum Beispiel interne YouTube Microservices, die dann auch mit internen Microservices agieren. Und die bekommen auch eine Identität, nämlich Service-Identities. Das heißt, die machen normalerweise gar keine externe Kommunikation mit irgendwas, sondern sind im Endeffekt eigene Microservices oder eigene Teile meiner Software, die mit anderen Teilen meiner Software interagieren. Die gehen nicht nach außen, die machen zum Beispiel keine Backups oder sowas, sondern die interagieren nur, also quasi eigentlich wie die App-Identities, sie interagieren nur mit meinen eigenen Dienstleistungen. Allerdings sind sie intern, das heißt, die sind wirklich von YouTube und YouTube weiß, dass die okay sind und YouTube muss dann nichts mehr von Hand regulieren, so. Und das machen die Service-Identities. So, jetzt haben wir die wichtigen fünf zusammen, also Service-Service-Kommunikation habe ich gesagt. Jetzt haben wir die wichtigen zusammen und jetzt brauchen wir noch eine Sache und zwar, wir wollen uns vielleicht ein bisschen Ärger ersparen. Zum Beispiel kann ich natürlich mehrere Microservices haben, die alle irgendwelche Rechte brauchen oder ich kann eine Gruppe von Entwicklern haben, die alle eine Art von Recht brauchen, nämlich dass sie auf X zugreifen. Oder ich kann einfach mehrere User haben oder mehrere Apps haben, die ähnliche Dinge tun und die möchte ich gruppieren. Das heißt, wir haben noch die Group-Identities und die werden einfach als eins verwaltet, was es super einfach macht, um irgendwo drauf zuzugreifen oder Sachen schnell zu ändern, ohne jetzt wirklich groß Probleme zu machen, ohne wirklich für jeden Benutzer da irgendwie von Hand rein zu gucken. Und das sind sie, die sechs Arten von Identitäten und ja, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, was was überhaupt ist, aber wenn man das macht, wenn man das ordentlich macht, dann hat das wirklich Vorteile. Es macht die ganze Verwaltung nämlich am Ende auch für die Access Control deutlich leichter, weil wir einfach unterscheiden können. Hier zum Beispiel nur Maschine zu Maschine, hier nur Service-Service-Kommunikation, hier intern, hier extern, die ist natürlich gefährlich und die Nutzer sind sowieso gefährlich. Genau und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste hierbei und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.